Five Nights at Freddy's! Ja, das habt ihr bestimmt schon lange nicht mehr gehört. Und, äh, ich habe keine Ahnung, das ist in Reborn VR. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das sah ziemlich geil aus. Und hab ich dachte, schauen wir uns mal an. Wow, wir haben jetzt mehr. Alter, wir haben viel mehr Bereiche. Und es geht, so wie ich weiß, auch in VR. Licht geht nicht. Hier ist alles. Lass uns mal... Was? Don't forget the flashlight. Wo soll die sein? Ach, Loll. Flashlight. Aha, äh, ja. Okay, ja. Lass uns das Ganze mal anschauen hier. Was ist das für eine Location? Also eine völlig neue Location. Da ist... Kaputter Freddy. Okay. Was battery was find. Und ein Barney. Okay, okay, okay. I don't know what to do. Ja, what to do. Wat? Kann ich hier zumachen? Toll. Ich muss hier zwei Seiten zumachen. Äh, äh, ich bin überfordert. Ich bin gerade restlos überfordert. Battery updated. Das ist schön. Also da ist you. Schon mal gut zu wissen. Da ist you. Da ist you. Was ist das für eine Location? Also eine riesige Location. Ich glaube, das ist nicht so ganz gedacht, dass man da allein durchgeht. Aber okay. Wenn ich diesen Video gefallen, gerne den Kanal abonnieren. Während ich hier immer noch rausfinde, was das für eine riesige Location ist. Ach so, das ist von der... Ach, warte mal. Bin ich jetzt ganz doof. Warte mal. You? Ach, Appern. Hä? Was? Der hat zehn Prozent Cloud. Ach so. Irgendwas hab ich gehört. Irgendwas? Ja, ja, don't forget your flashlight. Ja, ja, machen wir kurz alles zu. So. Lass mal kurz Gucki Gucki machen. Left click grip. Okay, das ist ja. Und pull. Äh, ja? Ach. Okay. Hä? I don't... Ja. Ja. Bop. 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 Nice. Very nice. Also, lass mal nochmal schauen. Was passiert hier überhaupt? Da ist you. Okay, Barney war irgendwo. Okay. Da ist Chica. Da ist Barney. Da ist niemand. Weiß, hier oben ist niemand. Und welchen Bereich bin ich überhaupt? Grip and pull. Pull. Ja, ich pull. Ich pull you apart. So schaut's aus. Lass mal nochmal kurz schauen. Halt. Da hab ich was g'sehen. Da ist Barney. Okay. Okay, hallo? Wie geht's euch? O, alter. Ohohohohohohohoh. Wie er Mängel einfach an der Decke krabbelt. Oida, hey. Gut zu wissen, dass da mein Glaube ist. Lassen Sie mich diese Tür aufmachen. Ja, da ist eine Battery. Ich kann diese Battery nicht nehmen. Take that Battery. Wo ist es? Aha. Ich glaube, wir haben die Battery... Oh Gott, das ist mir ein bisschen... Confus. Ich habe die Battery getaked. Wo sind die anderen? Oh, es flackert schon. Alles flackert. Was war's? Hä? Okay, das ist ein bisschen strange. Ähm. Du verlierst? Ähm. Ich will nicht sagen... Warte mal, restart. Lol. Kann ich tatsächlich noch mal durch die ganze Map gehen? Nö. Toys come, you die. Also es würde heißen... Warte mal, kann ich einfach die Taschenlampe nehmen? Kann ich die nehmen? Okay. Aber ich könnte es theoretisch durchmarschieren, obwohl ich eigentlich gar nicht darf. Left-Click, Grip Swipe. Okay. Wir können einfach durch die Location marschieren. Weil, ist ja Wurst. Also weit kann ich halt nicht gehen, weil das Spiel mich halt nicht lässt, weil ich ja eigentlich... ...down for the count bin. Okay, restarten wir mal. Ha! Thomas restarted. Das Ganze. Also das ist gewöhnungsbedürftig. Sehr gewöhnungsbedürftig. Oh. Wieso wackelt's hier so? Wieso wackelt's hier alles so freudig, wenn ich hier bin? Ja, ich freu mich auch, dass ich da bin. Frei mir. Ja. Hinten ist Barney, das war sie. Da ist der kaputte Freddy. Da ist Barney. Da ist Che... Alter, das sind ja die ganzen Animatronics. Gut zu wissen, gut zu wissen. Ich springe. Ja. Das ist Funtime-Chica übrigens. Das geht. Nur mal so, by the way. Aber wo kann ich runter marschieren? Wie, was, warum überhaupt? Hi, Cheica. Bist da kaputt. Ja, du bist aktiv. Ja, ja. Mangle ist auch irgendwo. Lol, jetzt kann ich die ganze Türen aufmachen. Aber wenn es so... Was flashed only alive for a moment. Also ich kann nicht weit weg. Oder wat? Also das mit dem Pull, das ist es noch... Äh, ja. Ich kapier die Mechanik nicht. Ich kapier's wirklich grad nicht. Ja, das soll schon passen. Ich würd mal gern... ...den anderen Bereich sehen. Wenn ich da hin darf... ...anscheinend darf ich nicht weit weg gehen. Dieses Spiel erlaubt's nicht, dass ich weit weg geh. Okay. Anscheinend. Ja, da krabbelt Mangle. Aber lass mal Mangle vorbeikrabbeln. Tschüss, Mangle. Okay. Was denn hier? Und ein prostes Flackacklehr wieder. Yep. Was spotted somewhere. Schön für diese Batterie. Jetzt hab ich mir... Jetzt hab ich mir selber neigelegt. Ja. Ne, doch nicht. Hä? Oh lol, ich kann mich einfach da verstecken. Okay. Bast. Also du musst immer wieder eine Batterie finden. Du musst... Oh lol, son. Ja, ich... Weckle, wirts. Oh, Puppets, ah ne da. Puppet, Puppet, Puppet. 10% Bauer. Okay. Gut für Puppet. Gut für Puppet. Gut für Puppet. Don't forget... Ja, ja. Ja, gib mir die Flashlight. Geben sie mir. Geben... Geben sie mir die Flashlight? Thank you. Die werden... LOL! Wie schnell kommt der jetzt her? Ja, ja. Restart. So, das ist der Punkt. Jetzt kann ich wieder rummarschieren. Weil Grund. Oh, Alter. Das ist nochmal ne Chica. Das sind... Also, das Spiel hat sehr viele Chicas. Die so rumliegen. Sehr viel. Mehr. Da ist Barney. Da komm ich nicht rein. Okay, dann lass ich es erstmal gut sagen. Ja, es ist interessant. Ich habe Reborn VR noch nie gestartet. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. Aber das mit der FNAF Map ist eigentlich relativ nett. Und damit bedanke ich mich für's Zuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Macht's gut.